ja hallo herzlich willkommen Freunde hier spielen wieder eine Runde GTA und ein Fahrzeug voller Drogen wurde gesichtet ja wir spielen diesmal den Prozent Job Carjacker wo wir um die Autos klauen müssen die zu Petrovic bringen müssen da sind noch ein paar einige andere Homes hier dabei für uns ein bisschen Gesellschaft leisten können wir die anderen Homes auch abschießen oder ja nee es ist ja hier das Ziel dass man diese Autos da mit den Drogen und sich gegen sich abschießt so wie scheint nee 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 ja doch er hat mich erschossen so und ja ich hab jemanden umgefahren sich hat jemand erschossen ne keine Ahnung vielleicht kommt es auch drauf an wer am schnellsten das guck mal auf die Karte man kriegt aber keine Punkte dafür wenn man jemanden umschießt oder so da ist aber schon mal und hat sich das grad geholt anscheinend das war jetzt erst mal eine Abkürzung das macht mich gleich mal so du das war cool mein Fahrzeug wurde gestohlen und wird gerade zum Übrigen ach ja wir müssen den glaube ich aufhalten wer zuerst das schafft oder ich weiß es nicht oh 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 der versucht mich abzuschießen ja ich glaube das ist ja das ist sehr komisch ja komisch nein er hat mich getroffen Mist so eine Niederlage aber so wo ist das Fahrzeug hey es gibt schon zwei Fahrzeuge oder ach es gibt schon neue kann das auch sein wer die meisten Fahrzeuge schafft kann das sein oder könnte doch sein wer die meisten Fahrzeuge abliefert der ja und den anderen Typen den kann man nur platt machen oder was klar wie immer alter GTA Style muss das wo muss das ja langweilig sonst das kann man auch nicht das Radio her der Wurzler holt sich eine Autonadeputente glaube ich es nicht das ist unnötig ich würde mir lieber das andere hier vorne ich habe hier im Sinn gerade eine ganze Abbau gut wohin soll ich das bringen äh zum Übergabeort wo ist der weiß nicht hier ist er ich bin an einem oh ich bin gestorben wir müssen zusammenarbeiten ja irgendwie schon dann holt uns am besten ab oder der Pedis hat mich halt gekillt ich weiß der hat mich auch gekillt wieso liegen hier überall nur AK rum ja das ist nur Sturmgewehr das habe ich so eingestellt oder Patrick das ist ja Müll ne ist doch cool da liegt auch ein Ferrum ach mal aber ich glaube der kommt auch irgendwie nicht weg mit seinem Auto dort oder in seinem Punkt jetzt wurde ein Fahrzeug gestürmt wow oh da oben sieht ganz schön so aus sag mal welche Farbe bist du Patrick? wow ist so Peter was im Tempel wir arbeiten zusammen los ja ja warte 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 hier ist das Fahrzeug ich fahre warte komm steig ein und du hilfst mir hey ach scheiße man kann nicht zusammenfahren ja fahr du fahr du ich nehme ein anderes ja du musst aber das ist das Zielfahrzeug du musst mich trotzdem beschützen versuchen warte warte wo wo muss man hin? zu dem blauen Punkt oder? ja ne ne zu dem grünen ne ne das ist das nächste Fahrzeug äh zu dem gelben bin ich gelb nein der blaue ist ein anderes Auto du Sau ja stimmt ja stimmt hast recht doch aber ich brauch ein neues Auto mein Auto ist kaputt ja meins auch ein bisschen versuch's mal heim zu bringen die anderen blätten sich auch ganz schön nicht wahr? jetzt ganz ruhig ja damit's ja gleich ein bisschen flüssiger vorangeht würde ich sagen so und jetzt werden wir den LV beschützen und oh 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 fahr 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 ich ich mein Auto ist im Kasten Mist steig aus yo Huch haha oh oh ho 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 geil ähm ok ein ma pornois glaub es hat, hat schon jemand geschafft Oh Hä? Der erste typ ist schon geschafft eins abzudierst und entscheiden So wie's aussieht Fynnrys Leine ist auf! der hat bloß 1 bisher 1 für 1 kriegst du 1500 ja denk schon das problem ist nur irgendwie nicht und die autos sind so nahen die man da findet ich könnte einer von uns den über also den abgabeort bewachen dass das so eine 1 abgibt das versuche ich übrigens aber du bist da hinten ja das ist ja cool patrick hatten auch ein auto gestohlen da habe ich mir auch noch ein auto weil so funktioniert das team auch besser ihr holt euch autos und ich bin auch den schlager es gibt es noch einen zweiten übergabeort warte mal ich hör mir mal erst mal hier was schutzwestern ein bungee der sah so geil aus gerade ich fahr gerade eben echt hober schwäger besser gerüstet schüks gerammt ach nein das ist patricks auto misst alter das geht doch gar nicht patrick fahr mal weg da warum stehst du da eigentlich patrick ich stehe überhaupt nicht jetzt fährst du naja ich komme jetzt glaube ich ist andere augen ach nee das bist du das nein das bist du gar nicht das ist der typ ja ihr habt fast dieselben farben der gewinner und du erholst dich nämlich gerade das nächste auto ich fahre so hin aufzuhalten wartet ach wir hätten doch smgs einstellen sollen na egal muss auch ohne gehen ich schieße ihn ab ich hoffe ich schaffe es ist er wieder weg er trägst mich aus der typ hat er mit dem ocean gemacht fährt irgendwo lang mein auto ist so doof ey der pm 800 oder wie der heißt ist total doof 600 glaube ich fährt irgendwie hammer schlecht achtung der typ kommt zum übergabe aus glaube ich ich kann den grad nicht aufhalten weil das auto so lang ist welche sind jetzt dabei nicht aber die sind schon alle wieder so weit da komme ich gar nicht hinterher bürger schaut das ist mein laden ey erstmal einen schönen Biggie Big Burger hier reinziehen nur mafia nur mafia nur mafia und man fragt sich ob das eigentlich alles russenspielen oder nicht hat wahrscheinlich wahrscheinlich die mähen wahrscheinlich einen fleischer er zagt auch immer so okay das war ein schlechter mit so ist es nämlich wirklich der kohle auf den billigen plätzen ja ja der ehre hat schon ein bisschen mehr cola ist wie alle zusammen aber du hast 1000 hier hier fahrt das ein auto hierher ah ne hier unten und nein schaffe ich den sprung versuch's hoch ok ich schaffte sprung nicht hätte klappen können genau wächst mal den habe ich umgeschossen ja boah ne energie na das ist ja nice in vier minuten ja in vier minuten muss gewonnen haben Patrick äh no 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 der chat nervt irgendwie oder ja 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 den gibt es aber bei bei also bei gda5 ist der dann glaube ich besser geregelt dass der irgendwo links unten ganz klein in der ecke oder so glaube ich ja Achtung Achtung warte bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen bei hinten Achtung warte er ist am Auto das wird eine heiße Schlacht um das Auto geht mann der hat die gewonnen fuck aber ich habe ihn auch erwischt ja er ist tot dann kann ich das Auto nehmen das war gut ja los schnell nehm Auto Problem ist nur du hast die tausend Punkte und die gelben nicht zusammen aber ich glaube diesen diesen Carjacker gibt es auch im Team den kann man auch im Team machen das hätten wir vielleicht eher nehmen sollen ich kann mir jetzt Hilfe wo ich hinfahren muss weißt du sonst nicht wo ich hinfahren muss erst mal einen Wegpunkt gesetzt geht das alles viel flüssiger hier ja die 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 uns es nah Auto abgeliefert. Bestens. Ah, nur noch eine Minute. Jetzt nehme ich die NRG und dann mache ich schnell mich auf. Scheiße. Ich bin mein Bestes. Oh ne, der hat schon das nächste. Das schaffen wir nicht mehr. Der hat schon wieder eins abgeliefert, du. Der ist echt gut, der Typ. Hey, das war cool. Ja, der ist ziemlich gut, muss man sagen. Aber, ja, so gut und die anderen so schlecht, kann ich mir nicht glauben. Ja, die anderen schießen sich einfach die ganze Zeit gegenseitig an. Ich denke ich mal. Okay, das Auto ist schon ein besseres. Das ist auch schneller. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, in den 30 Sekunden schaffe ich das nicht mehr aufzuliefern. Schade. Ich glaube, in den 30 Sekunden schaffe ich das nicht mehr aufzuliefern. Schade. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Man muss sich erstmal ein bisschen reinfinden in den Job, aber dann läuft das eigentlich. Oder? Ja, läuft ziemlich gut. Eigentlich ganz cooler, cooler Job, wenn man das im Team macht, dürfte das eigentlich noch geiler sein. Ja, gut, drei Sekunden. Jetzt wird nichts mehr. Ja. Na, zweiter, mein zweiter, ja, und bloß da. Ja, ja. Vierter, äh, dritter. Ah, aber sie steht irgendwie hinten. Hm. Mysteriös. Oh, Salz. Ui, 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 die Schreiber auf ihn. Um die Gay Hacker. Okay, wollen wir noch... Alter, wir machen jetzt nochmal ein Rennen mit den ganzen Typen, das ist doch cool. Patrick, das musst du aussuchen. Mach nochmal ein kurzes Rennen. Mit den Typen. GDA-Rennen. Zum Folgenende. GDA-Rennen, ja. Drück mal Enter. Hab ich schon. So, das hat ne Weile gedauert anscheinend. Und dann machen wir bloß eine Runde oder so, und warten wir auf ne... Strecke und dann... Boah, das sind richtig viele, das wird lustig jetzt. GDA-NAS? Ist der Motorräder, Alter? Äh... PACHCHO! Hehehe. Aber mach mal nur eine Runde. Am besten, oder? Äh, äh... Zwo. Na gut. Who created, äh... TMW, dann ist... Los, mach mal los. Ha! Mein Z und Y funktioniert wieder. Das ist gut. Jo, das passt. Was die für nen Müll da rein treiben, ey. Ja. Schlimm, schlimm. Ey, ich bin ganz vorne. Das? Da ist mal ein Stoppy, äh, hier. Oha, ey. Ich bin so vorne weggefahren grade. Ey, die überholt dich übelste. Ja. Ja, ich hab Raketenwerker. Machen wir hier grad nen GTA hin, Alter? Yo, yo, yo. Das ist krass. Oh, shit, nigga. Oh, nee. Mit diesem... Den kann man eigentlich übelst geil fahren. Ja. Kann man auch. Achso, nee. Ich hab die NRG genommen. Weil die viel schneller ist. Und ich bei so... Geht die A-Rennen, da kann man dann wo was anderes nehmen, oder? Ja, kann man. Kann man umsteigen. 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 Aber der wird nicht schneller sein als die NRG. Glaub ich mal. Ich hab ja keine NRG genommen. Leute? Ich kann mit dem Auto besser fahren als mit so nem Dings hier. Ich fühle mich an, wer in Führung gegangen ist. Scheiße. Ich bin runtergestürzt von dem Moppet. Ich hab nen Checkpoint verfehlt, alter Homsen. Ey! Patty! Moin! Einfach mal eiskalt am Patty vorbeigeballert. Da kommt der Typ vorbei. Na toll. Ja, der fährt falsch. Aha. Lusche Lusche ist das. Use the Homs ist das. Da haben wir grad im Gegend. Der Homie. Oh. Hey, warum fall ich runter? Nur weil ich mal gegen den Poch-Trainer fahre. Ja, Lusche. Ich zieh alle an euch. Ich zieh an euch allen vorbei. Das sind zwei Runden, mein Guder. Da geht noch was. Ehrlich jetzt? Ja. Mach ja noch alle kalt. Wer ist denn jetzt? Achso, ich? Ja, ne? Doch. Doch. Und dahinter ist er... Ist das der Poch-Zinger dahinter? Ne, das ist dieser Charles. Oh, jetzt bin ich nur der Astor. Der hat sich überholt, ja? Hm. Ey, der Mörder, Alter. Jo. Ey, den Typ würde ich unbedingt einholen. Aber ich hab keine Schusswache. Da würde er mich vielleicht runter schießen. Mach dir wohl. Oh nein. Mann, 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 warum sind die immer so schnell, Alter? Oh, jetzt schießt er. Muss am besten... Wird schwierig, wenn er schießt. Kann höchstens ausweichen. Los, 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 los. Oh, wenn ich grad wenig sage, aber... Muss mich konzentrieren. Scheiße. Scheiße. Ach, jetzt will ich am liebsten sterben. Das ist doch scheiße hier. Jetzt bin ich unten auf der Brücke. Nein. Wenn Patty kommt. Jetzt muss man sich ein Heli nehmen und den ersten abknallen. Das wärs. Ich bin schon wieder führter Mensch, Leute. Boah, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Das ist doof. Hier ist nichts, ey. Mist. Da werden wir noch glatt mal sterben. Gehen. Ne, echt. Da werden wir glatt mal sterben gehen. Aber der erste, der ist so weit vorne, das ist irre. Der ist aber nicht weit vorne, ja. Doch. Total. Der ist schon fast zum Ziel. Der ist ja total weiter, der ist schnell weitergefahren, wo ich runtergefallen bin. Ich muss ja erst nach dem Checkpoint noch suchen. Oh, geil. Ne, guck weiter, Alter. So muss das sein. Oh, Mist. Was hast du eigentlich für ein Gerät? Was für ein Gerät, bitte? Ach, hast du schon gesprungen? Oh, warum hier oben? Ey, der ist so weit zurückgesetzt. Tomo. Mit meiner Klazze. Kann er sein. Patrick, was machst du eigentlich? Du bist Zweiter, Alter? Ja, ja. Ja, ja. Sag die ganze Zeit nichts. Ja, ja, wir ziehen jetzt durch. Ich bin drinnen auch. Oh, ich bin getroffen. Mit meiner Coquette. Guck, ob ich das schaffen kann. Ja, ist ja doof, jetzt. Ich glaube eher nicht, dass ich das schaffen kann, ey. Was? Ja, mit der Coquette, die ganzen Typen hinterherkommen hier und so. Ey, wo bist denn du? Du bist doch vor mir, oder? Hm. Alter, echt jetzt? Ja. Ne, Mann. Mein Auto im Arsch. Echt? Was? Ich fahre gerade mit dem Pacho. Das ist übel schnell. Ah, das ist ja auch schnell, ne? Ja, guck, wer da. Das ist auch gut. Patrick, bist du auch noch neben dem Ziel? Äh, äh. Ist der Erste eigentlich schon im Ziel? Nein. Anjo ist direkt dran. Das ist gut. Oh, da stand ein Coquette. Die ich nicht genommen hab. War schon doof. Ah, jetzt ist er am Ziel. Hans ist doch nicht direkt dran. Nämlich mir eigentlich keinen lastes Auto. Ne, in 20 Sekunden ist Paddy da. Warum eigentlich? Hm, weil es lustig ist. Mal gucken, wer welchen Paddy noch kriegen kann. Was ist nicht hier los ist, ist das Auto klar. Was? Ah, ich komme! Oh, ich bin jetzt, oder? Oh, ich bin nochmal schön über deinen Kopf drüber gefahren. Ich erinnere, dass du das machst. Ist doch schon bester Junge. Ja, jetzt nehme ich mal einen Rund. Ich iss mir. Wie siehst du denn aus mit so einer Klatze? Krass, ne? Das ist so cooler Typ. Hast du die hier hin mit Dreadlocks? Nee, die hatte ich weg. Ich hab mir mal einen neuen gemacht. Mach jede Session einen neuen Typ. Ach ja. Yo, das Spiel ist auch. Oh, jetzt muss ich mich auch beeilen. Huch! Naja, also mit dem Beheilen musst du vielleicht noch ein bisschen besser definieren. Bist du eben nur so ein Bankfuzzi. Wird ja nichts. Ja, das ist kein Bankfuzzi. Das ist einfach nur ein Penner oder so. Penner im Anzug. Aha. Ich weiß, was du vorhast. Mist! Hat nicht geklappt, wa? Ja. So. Okay, dann... Joa, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Liebe Zuschauer. Ja, tschau. Und joa, knallt rein, wie immer. Mal sehen, wenn wir wieder mal ein schönes GTA-Rennen machen.